In diesem Video werdet ihr mehr über die ViaDirect-App erfahren. Zunächst wird die ViaDirect-App aus dem Apple App Store oder Google Play Store heruntergeladen und installiert. Anschließend wird die App geöffnet. Nun kann das erste VR-Projekt angeschaut werden. Dazu einfach einen Projektcode, der mit euch geteilt wurde, in das Suchfeld eintippen und in das Projekt und die damit verbundene interaktive 360-Grad-Umgebung eintauchen. In der ViaDirect-App öffnet sich das Projekt automatisch im Swipe-Modus. In diesem wird das Umschauen über das Wischen des Fingers kontrolliert. Alternativ kann in der unteren rechten Ecke in den Gyroskop-Modus gewechselt werden. In diesem Modus einfach das Smartphone horizontal oder vertikal neigen. In der unteren linken Ecke wird der Cardboard-Modus aktiviert. Über den Zurück-Button in der oberen linken Ecke kann dieser wieder geschlossen werden. Nachdem ein Projekt pausiert wurde, kann man es jederzeit weiter ansehen oder zum Hauptmenü zurückkehren. Das kleine weiße Fadenkreuz in der Mitte des Bildschirms wird benutzt, um mit Objekten zu interagieren. Hierfür bitte das Objekt für ein bis zwei Sekunden fokussieren. Alternativ lassen sich interaktive Objekte auch mit dem Finger anklicken, um sie zu aktivieren oder auszuwählen. Viel Spaß und danke fürs Zuschauen! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020